BILD UNDERGROUND WRESTLING Okay, der Schiri hat's ganz klar ausgedrückt. Don't fuck with the Jesus! Kamp frei! Wuhu! Oh! Shit! Warte mit Boden! Die Wehra! Uh! Das hat schon der Tor bei mir gemacht. Die Wehra! Ah, ein Hüßloch. Jö, die Topel ist Haas. Haas ist Haas! Ooh. Du bist so geil, Schabberloch! Ei, 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 ei! Ein hartes Knie! Sie hat irgendwas mit Funkelnd gesagt! Ich hole den Schlauch! Schöner Amtlitz! Ein kombinierter Aufgabegriff! Keine Aufgabe! Eins und vier Dinge aus dem Fall! Das war Dinger! Oh! Reversal von Celina! Und Reversal von Chapella! Oh, das war die berühmte Chapella-Nosenrahmetsucher! Keine Aufgabe! Du hörst ja auch wie meine Kotzen! Alles legal! Schöner Elbertropf von Celina Power! Ein Rambock! Ein Rambock! Bravo! 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 Double X Händel bloß! Wie hättest du gemein? Hey! Ja, heute, Celina dürfte der Kampfkösschen sein! Ein Rambock! Da verliegen! Sitzligas! Da verliegen! Die Leero! Oh! In der Koffel von braun! Hey! Das ist ein schöner Fronthetlok! Das rückt dann die Luft! Und Rebösel. Schön. Und ein Slipperholt. Armbreaker. Schöner Sunset-Fried. Schöner Sunset-Fried. Wenn es Selina-Fans gibt, die können ruhig ein bisschen anfeiern. Wie geht's denn? Okay, Schott für dich! Gr支持 meils von Kal 500 ... Horta es vor wraps! Ja, das war leider telegrafiert. Wie ein kleines Springkinkerl. Ja, manche Männer wollen sowas. Was hast du damit angezeigt? Ein. Noch ein Spazit. Uh, ein harter Tritt. Haarzapeller, selber schuld. Uh. 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 Jetzt bearbeiten sie das Bein. Sehr schade von der Selina. One leg posten. Keine Aufgabe. Keine Aufgabe von der Königin im Keller. Oh, Beinfäcker. Oh, Beinfäcker. Uh. 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 So kann man auch Beine spreizen. Das ist die Erfahrung von 45 Jahren. Posten-Crab. Jetzt Doppel-Posten-Crab. Beinfäcker. Beinfäcker. Boah, Beinfäcker. Oh, 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 Oh! Nicht an den Handziehen! Shit. Shit, shit! No! No! Das schaut ein bisschen Urg aus. Oh, Oh! Oh, Beinfäcker! Oh. Und jetzt ein Posten-Crap. Aber ganz legal ist das nicht, Schiri. Schiri, mach ein bisschen das Äuglein auf. Die letzten Zuckungen von der Selina. Uwakade! Build Underground Wrestling.